Dann mach ich nämlich den, äh... ...Gronkletzplay aus und schieb da einen Stream auf den zweiten Film. Und was hast du ausgemacht? Äh, ich hab das Gronkletzplay laufen. Ah. Tja. Gab halt hier nicht mehr. Ja, dann versuch ich mal irgendwie... ...die Dingestens anzufertigen. Hm. Oh Gott. So. Und dann erstmal Hallo, Hallo, Hallo. Hallo. Oder? 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 Äh, wie weit komm ich denn hier noch rüber? Sehr weit. Oh, ich glaub ich hab ne Idee. Wie es vielleicht nicht ganz so ausartet, kann ich die Dinger nicht wegmachen. Hä? Die Pilze kann ich doch wegmachen. Ja, eigentlich schon. Die Ballondinger kann man doch wegmachen, oder nicht? Nee, ich musste die wegsprengen. Dann spreng ich sie halt weg, ist mir halt auch egal. Ja. 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 Ja, und man kann relativ viel wegsprengen. Voll gut. Oh, die... Da stellt sich natürlich jetzt ne ganz große Frage. Kann man diese riesen Bögen wegsprengen? Boah, ich glaube nicht, dass das geht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich... Ich glaube nicht. Nee. Okay. An sich wärs nice. Ja, schon. Ja, bestimmt da wieder völlig übertrieben. Wie die Fabrik, die ich baue? Joa. So. Aber das ist schon mal gut, dass wir... 250... Äh, 2500 von diesen Stahlraben haben. Jupp. Ich hab gestern ein Video von, äh, Kibbitz gesehen. Der hat ne Fabrik gebaut, die hat den kompletten Desert eingenommen. Alter. Aber da hat er dann auch alles drin produziert, oder? Ja, das waren dann so für die, äh, Weltraumparts irgendwie so ein paar Bauteile. Mhm. Aber dann auch wieder in Massen, was schon wieder nicht feierlich ist. Hm. Ich glaub, der wollte von den letzten Parts irgendwie 100 herstellen pro Minute. Alter. Mhm. Ich mein, gut, wenn man sonst halt Langeweile hat. Ich darf gar nichts sagen, weil das, was ich hier mache, sieht auch aus, als hätte ich hart Langeweile. Naja, der hat... Äh, ich glaub, sowas identisches wie du gemacht. Mhm. Nur, ähm, als kleinen Disclaimer dazu. Er hat die ganzen Bauteile rüber ins, äh, äh, oder den Turbo Fuel rüber ins Meer gebracht. Also nicht so wie du und einfach, gib ihm. Mhm. Okay. So, wenn ich das jetzt hier... So, wenn ich das jetzt hier... Hier noch mache... ... 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 Ja, Prost Mahlzeit ey. Giraffeinerie wird dezent groß. Aber das war doch der Plan oder nicht? Ja absolut, hallo Parkplatz und so. Wir müssen auch den Planeten hier verschönern. Ja. 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 So, wunderbar, die Grundfläche für meine Fabrik steht schon mal. Äh, sauber. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, genauso wie dieser Rotz mit dem Jetpack. Äh, es gibt einen Schwebeanzug. Einen Schwebeanzug. Ja, der kommt noch. Okay. Okay, aber Schwebeanzug ist auch nice. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So Oh, diese scheiß Viecher, ne? Mhm Okay Heilige Kacke Ganz klein geworden Ja Sieht aber anständig aus Hm So Jetzt braucht das Ding hier natürlich nur noch Muss nur noch befeuert werden Okay 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 Okay. Also ich bin ja echt am Ende gespannt, wie das bei dir da aussieht, ey. Ach du, nicht nur du, weil ich hab's einmal auch keinen Plan. Das ist so, die Ideen entstehen immer erst so beim Bauen. Deswegen hat das auch gestern so lange gedauert, bis ich da die eine Wand da mal fertig hatte. Weil ich hab ja ständig wieder abgerissen und neu gebaut. Ja. Ja. Vielen Dank. So. 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 Du brauchst gar nicht abtrennen. Wir brauchen ja irgendwie... Wie viel Munition brauchen wir denn mal? Ja, stimmt. Ich mein, wir brauchen sowieso die MK3 Miner, damit ich da irgendwie trennen kann, weil ich brauch 600 Einheiten Schwefel pro Minute. Ja, siehste. Böses Hundi. Wieso dein böses Hundi? Hörst du das nicht? Nein. Okay, der Hund hat gerade gebellt. Oh, böses Hundi. Sagst du Bescheid, wenn du die HyperTube nutzen willst? Hm. Ich mach erstmal alles andere soweit fertig. Dann hast du dann noch ganz in Ruhe Zeit. Ach so, ich, ähm... Kann jederzeit wechseln. Na, na, alles gut aus der Zeit. Ich baue gerade die ganzen Bodendurchführungen für die, äh... Ähm... Ja. Für die Rohre. Und die Förderbänder. Förderbänder. Ah. Genau. So... So, dass ich das jetzt nicht streame in meiner Zufahrer, würde ich ja... einen Anfall kriegen. Ich mach gerade noch mal... ganz viele Wand durch, äh... ganz viele Durchführungen weg. Ähm... Moment, ich muss kurz muten, weil... der Knopf an meinem Mischbril funktioniert gerade nicht. Oh. So, da bin ich wieder. Jo. Äh... So, jetzt könnte ich mir aber mal Musik anmachen. Jo, auf jeden. Okay. Äh... Wo? Christmas Schifiable. K renneiver Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Mal sehen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, das war's. Das war's. Das war's. Oh, das war's. 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 Oh, das war's. 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 Oh. Das war's. Nice. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. 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 Oh. Okay. Das war's. Okay. Okay. Das war's. 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 So. Oh. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh. Das war's. 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 Wow. Das war's. 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 ... Das war's. 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 Nice. Also, Das war's. 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 kann ich. Das war's. 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 Ich hab's. Das war's. Ja. Das war's. 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 Ja. mit mit. das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. haben wir. Das war's. 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 Das ist. Das war's. 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 Yeah. Das war's. 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 Und... Und... Das war's. So. Ich werde... Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Und... Das war's. 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 So. Oh. Das war's. Das war's. Das war's. Oh. Wow. 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 Das war's. 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 Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, 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 was war's. Oh, das war's. Hey, mach's. Das ist natürlich ungünstig. Mhm. Ich hätte mir sagen lassen, dass das nicht so gesund ist für die Gesundheit. Wow. Tim. Warte. Das wäre auch wieder so ein Spruch für, ähm, den Stream Clips Kalender. Ja. 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 Das kann man immer so ewig und drei Tage reisen muss, ist auch nervig. so 9 ich bin am eingang lang gelaufen von der tube das natürlich doof ja so oh um 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 bei mir passiert nichts mehr und ich hab definitiv noch genug material im winter ich reloge mal ok ja du bist bei mir in der fabrik ne ich mein bei dir ne ne ich bin neben dir unterwegs achso ok oh kack stinke pflanzen überall das schlecht nicht Okay. Wenn man das so ein paar Mal gemacht hat, wird man im Kabelmanagement echt besser. Ja. Ich hab keinen Skalbetonträger mehr. Das ist dann diese Lernfähigkeit, von dem alle sprechen. Ja. Ich hab's für ein Gerücht gehalten, aber es gibt sie tatsächlich. Und solange die Lernkurve nicht gleich null ist, ist doch alles in Ordnung. Ja. Wenn ich mir überlege, äh, wenn ich mir überlege, wie lange ich gestern für die Verrohrung gebraucht habe und wie lange ich jetzt für mehr Rohre gebraucht habe, ist das schon gut. Ja, sauber. So, jetzt könnten wir Turbo-Treibstoff freischalten. Sehr gut. Die Maschinen für die Fabrik stehen auch fast. Ich seh schon, von den 25 Gigawatt, die ich produziere, verbrauche ich allein fünf oder so selber. Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Nee. Ein Fünftel ist in Ordnung. Ich mein, das ist ja quasi bei allen so. Ich will gar nicht wissen, wie viel Prozent wir von dem, äh, ähm, bei den Biostoff-Generatoren selber, bei dem, für die Produktion von dem Biostoff gebraucht haben. Ja. Oh. Ähm. Das ist schiefgegangen. Der schwebt ein bisschen in der Luft. Oh, oh. Ah. Okay. Okay. Gut, das war Waleck. Oh, ja. Ich musste gerade fünfmal an die Hyper-Tube dranlaufen und auf einmal war ich ganz woanders. Mhm. Okay, du bist gerade in der Hyper-Tube gegangen, ne? Ja. Okay. Warum? Äh, weil's im Lock steht. Oh. Ja, bin ich. Äh, oh. Lala hat jetzt intelligente, äh, Splitter. Pup, pup. Ja. Ja. Oh, Gott. Oh, Gott. nd so, Gott. Ich bin是, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn du Stimmen in deinem Kopf hörst, das ist eine ganz normale Begleiterscheinung, wenn man unter Druck oder Stress steht Wow, dass der Beisatz kam, arbeite mehr, damit der Stress weg geht, hat mich gewundert, dass sie nicht kamen Ja Wow So, jetzt nur noch Verbinden Dann ist auch die Förderbandverkabelung unten in der Fabrik fertig Äh, und ich glaube wirklich, dass ich das, ähm, versuche, per Zug anliefern zu lassen Alter, ein Schwefel und Kohle Ja, entweder das oder die ganze, ähm, verdichtete Kohlefabrik direkt woanders hinzu, äh, hinzuverlegen Dass die verdichtete Kohle hier angeliefert wird Ah, okay Andererseits habe ich hier halt noch eine reine Kohlequelle übrig, ne Dass ich mir nur den Schwefel hier anliefern lasse Das wäre, glaube ich, noch sinnvoller Bevor ich jetzt irgendeinen Standort versuche zu finden, wo reine Schwefel und reine Kohlevorkommen nebeneinander sind Kann ich auch einfach quasi den Schwefelvorkommen suchen Mhm Nur den Schwefel hier nicht fangen lassen Wie viel von diesem Koks brauchst du denn? 600 pro Minute Und wie viel brauchst du von Schwefel und Kohle? 600 pro Minute jeweils Ah Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh nö Okay 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und wo bist du gerade dran? Förderbänder Einen Fehler beheben Oh Also ordentlich Arbeit Mhm Schön Schön? Schön Okay So, die Zuleitung für die verstärkte Kohle ist gemacht Nice Und die Ableitung für den Turbotreibstoff ist ebenfalls gemacht Heißt, ich werde hinterher bei der Stromproduktion vier Reihen A25 Treibstoffgeneratoren haben Okay, nice Das wird riesig werden Weil auch die Treibstoffgeneratoren einfach in sich sind Ja Heißt jetzt aber auch, dass ich die Fabrik quasi nur noch verkleiden muss Weil so weit innen drin alles fertig sein sollte Das einzige was noch fehlt ist die Geschichte mit den, ähm, Dingenskirchen Quelligstrukturen und Meinern Ja, und, ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein Moment Äh Die Stromverkabelung, oder hast du die auch schon fertig? Achso, nee, 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 stimmt, die habe ich noch nicht fertig Ja, ich denk jetzt nicht, spiders so jetzt brauche ich noch kohle aber ich denke dass ich die stromverkabelung gleich wie auf der anderen fabrik mache dafür muss ich hier aber erst mal wenn der hinbauen okay und ich glaube ich baue die fabrik hier das dach baue ich ein bisschen anders damit das nicht alles gleich aussieht so 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 Ah, neue Forschung, oh, willst du mal in den Stream gucken? Ja, es gibt entweder sechs Inventarplätze oder alternative Kupferrotor, da brauchst du einfach nur Kupferplatten und Schrauben. Was brauche ich jetzt gerade dafür? Eisenstangen und Schrauben, ne? Moment. Aktuell Eisenstangen, Schrauben oder, ne, Eisenstangen und Schrauben. Boah, ich bin ehrlich, ich hätte gerne nicht mehr Inventarplätze. Okay. Weil die Eisenstangen sind ja jetzt nicht das Problem bei den, äh, Rothoten. Ne. Oh mein Gott. Alter. Raketentreibstoff. Raketen, wofür brauchen wir Raketen? Keine Ahnung. Und ionisierter Treibstoff, dafür brauchst du verpackter Raketentreibstoff und 100 Energiefragmente. Ist klar. Jetzt sag du nochmal, wir haben schon so viele Schneckchen. Oh, Raketentreibstoff hat einen Wert von 7200 Megajoule. Und. Turbotreibstoff von 2000. Okay. Kluster Nobilisk Unlocked. This type of Nobilisk detonates into multiple smaller explosions. Can be used for clearing large areas of vegetation and other inconveniences. Addendum. Inconveniences, in this case is not defined to include, persistent family members, raccoons, student death, The Sunrise, peer performance reviews, neighbors learning to play the telephone, phone calls, are your favorite show getting cancelled? Was zur Hölle? Was sollst du denn jetzt? Dass ich meine Familienmitglieder damit nicht wegspringen soll, ist mir wohl klar. Dankeschön. Hä? 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 Alter, wie random. Was war das denn jetzt? Ja, weil wir die Clusterbomben freigeschaltet haben. Oh Mann, ey. Das fand ich gut. Mhm. Doch, Lala, das ist neu. Oh. So, die muss jetzt mal ausprobiert werden. Die Mega-Nuke? Nee, die Clusterbombe. Ja, sag ich ja Mega-Nuke. Oh. Zu weit aus dem Bild geworfen. Nice. Okay, finde ich lustig. Okay. Auf jeden für alles ist das gut. Und. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Öl und Ölenergie freigeschaltet. Glückwunsch, Zuschauer. Plastik und Gummi ist self-aware. Also das stellst du dann auch demnächst irgendwann mal her. Ah, okay. Hast du einmal alles freigeschaltet. Nice. Okay. Oh, hier liegen immer noch die Spinnenüberreste, die ich hier mal hab liegen lassen. Oh toll, hätte ich gar nicht so viele Viecher jagen brauchen heute Morgen. Das war ein Scheiße. Ciao. Ach. Ach. Ich bin auch ein bisschen doof. Nein, kein Kommentar. Ich hab doch jetzt Dächer. Oh, what the fuck. Was? Ich glaube ich muss die Ölproduktion hier noch ein bisschen umbauen. Warum? Die Größe des Bahnhofes. Ja, gut, dass ich hier vorne genug Platz gelassen habe für den Bahnhof. Ja, aber das könnte funktionieren. Ich brauche wie viele Frachten? Eins, zwei, drei. Vier. Ja, sauber. Wir müssen im Awesome Shop bitte als nächstes die Betondächer freischalten, ja? Ja, können wir gerne machen. Ich weiß gerade nicht wie viele im Sink drin sind. Ja, alles gut. Eilt auch jetzt noch nicht. Okay. Okay. Oh. So. Okay. Okay. Ich habe gleich keine Metallplatten mehr, also Platten. Ja. Und das Weltraumlager auch nicht. Oh ja. Oh, alter sieht das übelst aus. Oh. So. Festplatte freigeschaltet. Kupferlegierung. Oder... Kupferlegierungsbarren, Kupfererz plus Eisen oder Kupfererz plus Wasser? Kupfererz plus Wasser. Ich hätte sonst neu gescannt. Ach so. Aber Zuschauer sagt reiner Kupferbarren. Ja. Dann nehmen wir den. So. So. So, ich... Hol mir mal eben was zu essen. Ich wollte gerade sagen, ich würde mir mal eben eine Pizza in den Backofen schmeißen. Ja, mach das. Okay. Bis gleich. Bis gleich. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, wir reisen mal eben zurück und erforschen mal diese doppelte Anzahl damit man nie, nicht immer alles leer macht untertitelung des ZDF, 2020 untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Äh, was wollte ich hier? Ah. Au. Äh, dann gucken wir mal, ob wir hier eben... Okay. 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 Nice. Und dann holen wir uns eben noch Stahlrohre. Oh. So. Die Forschung müsste jetzt auch gleich fertig sein. Ja. Ja. Äh. Okay. 32 Sekunden. Sauber. So. Holen wir uns noch eben Draht. Ah, nicht Kabel. Draht. Oh, mir fehlt Plastik. Okay. 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 So. Erstmal... Ich drück dir die Daumen, dass es was cooles ist. Und nicht wie bei uns. Äh. Ich glaub, wir haben uns dann für Inventarplätze entschieden. Töten. Und wie bei uns geht's. Da bin ich zurück. Dann gucken wir uns noch. Tschüss. Und wenn ich auf meinem Schrauch. Das war's. Oh. Okay. 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 Okay? Okay. 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 So. Alles nehmen. Wo komm ich gut her? Stau. So. 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 So Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nice, dann haben wir 50 Computer, damit können wir unsere Schienensignale aktivieren I am back in business Okay, ich habe eine weitere Festplatte freigeschaltet Ja Gehärtete Kupferbarren oder beschichtete Eisenkanister? Kupfererz und Petrokoks oder Eisenplatten und Kupfer? Ich würde neu scannen, was sagst du? Ich wollte gerade fragen, neu scannen vielleicht? Uh Quarzcomputer, das hört sich gut an Ähm, guck mal bitte, wie man diese Quarzdinger da macht Die Reso, dieser, dieser, genau Quarz, Quarz Oh, aktuell Quarzkabel und, äh, verstärkte Eisenplatten Ich meine, es ist machbar, oder? Ja Ja, dann nehmen wir doch die Computer So Weil dafür Kupferblech brauchen wir jetzt nicht so wahnsinnig zwingend Nö, genau Depoterweiterung um 200% Nice Genau, das dachte ich mir nämlich auch Das heißt, wir können jetzt nicht so wahnsinnig zwingend Das ist nicht so wahnsinnig zwingend Das ist nicht so wahnsinnig zwingend In einem Dimension Und in einem Basik-Bound-State in einem anderen Wir haben nicht mit der Tribute-Song Wir haben nicht so wahnsinnig zwingend Wir haben nicht so wahnsinnig zwingend Wir haben unsere Tempel-Gifte Das wird uns als Sauer und Salz Meine Intention war nicht zu entdecken Wenn das ist, was dich schmerzt Nor war es nicht zu entdecken Material, ich bin nicht so wahnsinnig Mein Essen ist fertig Nice Oh ja So, dann hol ich das mal eben Oh So, dann hier Ich finde das nicht so wahnsinnig Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und wie lange bist du heute noch da? Oh, nicht mehr. Allzu lange. Oh, okay. Meinst du, du schaffst es noch, das heute fertig zu stellen? Das war gerade die Überlegung. Also ich denke mal, dass wir gegen 17.30 Uhr fahren. Oh, okay. Weiß ich ja nicht, ob du das in anderthalb Stunden fixest. Okay. 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 Hatte ich nicht auch irgendwo beschichtete intelligente Beschichtung? Ah. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. 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 Okay gut. Das war's. 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 Oh. Das war's. 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 Yeah. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Yeah. Das war's. 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 Nice. Das war's. 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 Und... Das war's. 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 Nice. Das war's. It is. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. So. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Ah, okay. Das war's. 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 Oh. Oh. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So. Das war's. 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 Also. So. das war's. 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 Oh. Das war's. 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 Nice. Nice. Das war's. 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 Puppe? Option so. Lala ist bei 6 Stunden, nice. Ausrüsten, bauen, Spieler bewegen, Menü, Foto, Züge, Huppe, Linke Maustaste. Wettbewerbe. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Was fehlt mir denn hier? Das war's. 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 Oh. Motoren. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 So. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. 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 Produktion. Das war's. 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 Willkommen zurück. Das war's. 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 Und so. Das war's. 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 Das war's.